Du hast ja vor deiner Stand-Up-Karriere auch schon einen anderen Karriereweg verfolgt. Mehrere. Mehrere. Einer davon ist mir besonders aufgefallen, weil du gerade den Oberkörper angesprochen hast. Lass mal schauen, was du vorher gemacht hast. Nein, lass dir ab. Ich hab ja mein ganzes Leben eigentlich Fußball gespielt, so 18 Jahre circa. Und dann hab ich einen Kreuzbandriss gehabt. Eigentlich wär ich Profi geworden, wisst ihr euch? Ich mein, eigentlich... Ich hätte geschafft, Bruder. So wie ich gedribbelt hab, niemand. Auf jeden Fall. Das war mein erster Wettkampf, das war mein, äh, dritter. Herrgott, siehst so gut aus. Mach das Bild weg, meine Freundin ist im Raum. Äh, das ist... Und meine Mutter auch. Äh, das ist... Erinnerst du dich noch an irgendwelche, ähm, Posen aus der Zeit? Wir hatten diese Posen, dieses... Du musstest praktisch rausgehen. Das hier. Das ist von dem inspiriert, genau. Wir hatten ja nochmal einen Dehn-Step, hatten wir auch noch. If you like it, then you shoulda put a ring on it, motherfucker! Das war doch einfach! J exec Streit! In der Hart acreditarna war der.